Wer freut sich schon auf Weihnachten? Ja, doch ein paar, ne? Also ich im Grunde schon. Es gibt halt eine Sache, die ich auf den Tod nicht leiden kann. Jedes Jahr, ab einem gewissen Blühweinpegel, kommen ja meine peinlichen Geschichten aus der Kindheit auf den Tisch. Und mein Mandeling-Geratte, der tut dann auch immer noch so, als ob er die noch nie gehört hat. Nein, echt? Erzähl. Sehr lustig. Absoluter Höhepunkt sind natürlich meine sportlichen Erfolge bei den Bundesjugendspielen. Wenn ich das richtig gelesen habe, sollen die ja in Zukunft gar nicht mehr so als Wettkampf abgehalten werden, sondern mehr so eine Art Wettbewerb sein. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das dann so vonstatten geht. Vielleicht wie so eine Misswahl vielleicht irgendwie. Da muss die 100 Meter nicht mehr schnell laufen, sondern schön. Aber man will ja die Kleinen auch nicht überfordern. Ist natürlich perfekt für die Eltern, die beim Karussellfahren immer rufen, Ja, Malte Johannes, schon wie der Erste. Uh, 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 uh. Komm, bei uns gab es damals noch Urkunden, oder? Wie hießen die? Siegerurkunden, oder? Es gab ja auch, angeblich gab es ja auch diese Ehrenurkunden. Aber komm, die hat doch nie jemand wirklich mit eigenen Augen. Ich zumindest nicht. Schulsport, oder? Da werden noch grauenvolle Erinnerungen wach. Ich sag nur 1000 Meter laufen. Für jedes pummelige Kind eine Nahtoderfahrung. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Schiedsrichter damals angefleht hab, mich mit seiner Startschusspistole zu erlösen, gell? Aber Mitleid ist ein selten Gut bei den Bundesjugendspielen, ne? Da fällt mir doch ein, ich hab doch damals sogar einen Rekord aufgestellt beim Weitwurf. Stimmt, genau. Es gab kein anderes Kind, was so weit hinter sich schmeißen konnte. Dabei soll ja Schulsport eigentlich die Kinder motivieren, auch in der Freizeit Sport zu machen, nicht? Nö, Ziel verfehlt. Ich mein, jetzt sind wir noch mal ehrlich. Wozu muss man Staffellauf können oder Hochsprung? Das ist was für die Olympischen Spiele, doch nicht für das echte Leben. Oder Zirkeltraining mit einem Medizinball. Was nützt dir so einen Blödsinn? Es sei denn, du wirst Melonenbäuerin auf Sizilien, ne? Mein absoluter Tiefpunkt war gerätet worden. Jetzt bitte nur für mich, für mein Interesse. Wer von euch ist jemals eine dieser blöden Kletterstangen hochgekommen? Bitte, wer? Ach. Verräter. Oder über diesen Bock. Kennt ihr diesen Bock noch? Ach, hört auf. Das ist mir bis heute ein Rätsel, wie man über dieses Ding kommen soll, ohne sich bei der Handgelenke zu brechen. Hab ich nie geschafft? Hab ich nie geschafft. Ich bin ja immer dagegen geknallt, ne? Deshalb, wenn ihr genau guckt, ich bin auf der einen Seite auch so ein bisschen flacher. Guck mal hier, guck, guck. Ja, oh. Ich dachte schon immer, der Bock wäre das Schlimmste. Bis ich auf meinen wahren Feind getroffen bin. Den Stufenbar. Für alle, die sich nicht erinnern, das ist dieses Ding, das sieht aus wie zwei Wäschestangen. Eine für Dirk Nowitzki und die andere für Peter Maffay, gell? Und ich... Und ich weiß noch, zwei Mädels waren an dem Ding schon grandios gescheitert, gell? Als dann direkt vor mir die Pia Schmidt, ich weiß, als ob es gestern gewesen wäre, die Pia Schmidt wie so eine angeschossene Eule in die Tiefe gerauscht ist, da war mir sofort klar, wegen ein paar Punkten mehr, brech ich mir nicht das Genick, gell? Also, was hab ich gemacht? Ich hab mich auf den Boden gehockt, ne Runde geheult und kam damit durch. Ja. Ich war nämlich in der Pubertät, Batsch. Geräte tun. Jetzt sind wir mal ehrlich, mir hätte doch der Mattenwagen als Gerät schon völlig gereicht. Draufklettern, hinlegen, fertig, ne? Liegen konnte ich, liegen konnte ich. Da war ich kurz vor Weltrekord. Ich denke manchmal vielleicht, hab ich einfach nicht die richtige Sportart für mich entdeckt. Das heißt, warte mal, einmal kann ich mich erinnern, da war ich dabei, mir so ein Söckchen anzuziehen. Da bin ich vorn übergekippt. Da hab ich gedacht, Boden turnen. Oh.